Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du die Video-Einstellungen in Zoom anpasst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich in der Desktop-App von Zoom. Was du hier genau das machen kannst und welche Funktionen es hier gibt, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was mit Video-Einstellungen eigentlich gemeint ist. Nutzt man Zoom als Meeting-Tool, also wird man schnell feststellen, dass man hier seine Webcam benötigt, um sich selber zu zeigen. Nun sieht es so aus, dass Zoom einen vieler verschiedener Video-Einstellungen eben zu dieser Webcam bietet. Beispielsweise die Übertragung in HD, das Spiegeln des eigenen Bildes, einen virtuellen Hintergrund oder auch die Greenscreen-Technik. Das heißt, man kann viele Effekte bei seiner Webcam, also bei seinem Video, einstellen. Gut, welche Einstellungen gibt es hier nun? Um dies zu zeigen, gehe ich hier in ein neues Meeting, beziehungsweise du kannst es auch bei einem bestehenden Meeting beitreten, einstellen oder hier rechts oben über das Einstellungssymbol unter Video. Ich zeige es, wie gerade gesagt, in einem neuen Meeting und klicke deshalb hier drauf. Nun erstellt Zoom für mich ein neues Meeting und ich sehe nun diese Meeting-Oberfläche. Hier direkt ein kleiner Hinweis. Nutzt ein anderes Programm bereits deine Webcam, wie beispielsweise bei mir mein Aufnahmeprogramm, so ist hier deine Webcam nicht verfügbar. Das heißt, erst wenn du das andere Programm schließt, sodass dies nicht mehr auf deine Kamera zugreift, kannst du die Kamera hier verwenden. Hast du nun Zugriff auf deine Webcam, so kannst du hier unten in der Menüleiste das Video starten. Nun siehst du hier deine Sprecheransicht und deine eigene Kamera. Möchtest du nun hier das Video wieder beenden, so klickst du hier auf Video beenden. Möchtest du bei deiner Webcam nun verschiedene Einstellungen tätigen, klickst du hier auf den kleinen Pfeil und auf die Video-Einstellungen. Nun kommst du hier in diese Oberfläche und unter dem Reiter Video findest du hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Fangen wir direkt an mit der Kamera-Auswahl. Hier in diesem Dropdown-Menü kannst du deine Kamera auswählen, solltest du mehrere Kameras angeschlossen haben. Direkt darunter kannst du anhaken, ob du das ursprüngliche Verhältnis übertragen möchtest. Hakst du das nicht an, so wird dein Video im Format 16 zu 9 übertragen, das heißt hier im Breitformat. Hat deine Kamera einen anderen Winkel, beispielsweise 1 zu 1 oder 20 zu 1 oder sonstiges, so kannst du dies hier anhaken und nun wird dieses Verhältnis übertragen. Eins rechts daneben kannst du einstellen, ob deine Kamera in HD übertragen soll. Dies ist wichtig, solltest du nicht so eine gute Internetverbindung haben, dass du dann deine Kamera nicht in HD überträgst, um die Latenz des Gesprächs zu steigern. Direkt darunter hast du Einstellungen zu deinem Video. Hier kannst du dein Video spiegeln und dein Erscheinungsbild retuschieren, das heißt die Kanten deiner Haut etwas besser machen. Hier mit diesem Regler kannst du einstellen, wie sehr diese Retuschierung stattfinden soll. Hast du eine schlechte Belichtung, so kannst du hier Zoom mitteilen, dass du eine schlechte Belichtung hast. Und nun fügt Zoom eine virtuelle Belichtung hinzu, welche du ebenfalls mit diesem Regler einstellen kannst. Direkt darunter findest du nun die generellen Einstellungen. Und zwar hier kannst du den Namen von Teilnehmern im Video immer anzeigen, das heißt diese ist dann hier links unten immer zu sehen. Mein Video beim Betreten ausschalten, das heißt das ist eine generelle Einstellung, wenn du einem Meeting beitrittst, dass deine Kamera erstmal ausgeschalten ist. Und hier beim Beitritt immer den Dialog zur Videoforschau anzeigen, das heißt diese Frage wird angezeigt. Hier kannst du ebenfalls noch einstellen, dass die Teilnehmer in deinem Meeting ohne Webcam, also ohne Videoübertragung ausgeblendet werden sollen. Darunter kannst du einstellen, dass du dich selber nicht siehst, sprich die Selbstansicht ausblenden. Direkt darunter haben wir eine wichtige Einstellung, und zwar wie viele Teilnehmer sollen in der Galerieansicht zu sehen sein. Nimmst du des Öfteren an größeren Meetings teil, so siehst du viele verschiedene Gesichter und viele verschiedene Webcams. Hier kannst du nun einstellen, ob dies auf 25 Teilnehmer begrenzt ist oder auf 49. Kommen wir nun zu dem virtuellen Hintergrund und den Effekten. Hierzu klicken wir auf Hintergründe und Effekte. Nun sehen wir hier virtuelle Hintergründe, die Videofilter und die Avatare. Bevor wir nun in den virtuellen Hintergrund reingehen, erkläre ich noch kurz den Unterschied hier unten zwischen Ich verfüge über einen Greenscreen an- oder hab gehackt. Hast du ein Greenscreen in Verwendung und hakst diese Einstellung an, so weiß Zoom, dass hinter dir ein Greenscreen zu sehen ist und filtert ausschließlich die Farbe raus. Hakst du das nicht an, so wird Zoom mit der Technologie ungefähr dein Gesicht und deinen Körper erkennen und alles drumherum wegschneiden, wenn du einen virtuellen Hintergrund auswählst. Direkt darüber kannst du nun hier einstellen, ob du einen virtuellen Hintergrund haben möchtest. Das heißt, dein Hintergrund außerhalb deines Körpers wird nun ersetzt gegen ein Bild, so wie hier schön zu sehen. Wie vorhin erwähnt ist es ein Unterschied, ob du einen Greenscreen hast oder nicht. Bei mir sieht man das ziemlich gut. Möchtest du deinen Hintergrund ausschließlich weichzeichnen, so klickst du hier auf Weichzeichnen. Möchtest du dein eigenes Hintergrundbild hochladen in Zoom, damit du dies verwenden kannst, kannst du dies hier unter Plus tun. Hier kannst du nun ein Bild oder ein Video von deinem Rechner auswählen, welches im Anschluss im Hintergrund hier gezeigt wird. Wichtig hierbei ist, du lädst dies in die Zoom-Cloud. Das heißt, es ist nicht mehr lokal gespeichert, sondern du kannst diesen Hintergrund nun überall da, wo du dich in deinem Zoom-Account einloggst, verwenden. Möchtest du nun deinem Video ein Videofilter hinzufügen, das heißt einen Effekt oder einen Filter, so kannst du dies hier unter Videofilter tun. Als Beispiel etwas dunkler, schwarz-weiß oder sonstige Effekte auswählen. Ebenfalls kannst du bei dir einen Rahmen, eine Bühne und sonstiges hier machen. Das heißt, möchtest du dich etwas künstlerischer geben, so kannst du dies hier mit den Videofiltern tun. Direkt darunter kannst du einstellen, dass diese Einstellungen hier, also vom Videofilter, für alle künftigen Meetings gilt. Möchtest du dich selbst nicht zeigen, sondern einen Avatar, so kannst du dies hier unter Avatare tun. Das heißt, du kannst hier einen Avatar auswählen und nun wird dieser Avatar anstatt deines Gesichts und deines Körpers dargestellt und die Wundbewegungen werden imitiert und die Gesichtsbewegungen. Möchtest du einen neuen Avatar erstellen, so klickst du hier auf neuen Avatar erstellen und du kannst dir nun deinen eigenen aus den Einstellungen zusammen basteln. Hast du nun hier deinen erstellt, so klickst du auf erledigt und der Ganze wird hier hinzugefügt. Möchtest du das nicht mehr, also deaktivieren, so klickst du hier auf None. Zusammengefasst kannst du hier unter dem Reiter Video deine Kamera auswählen, dein Bild in HD übertragen und unter den Hintergründen verschiedene virtuelle Hintergründe auswählen, dein Hintergrundbild weichzeichnen und wenn du einen Greenscreen volldeckend nicht so wie bei mir hast, dein Greenscreen-Effekt aktivieren. Unter Videofilter kannst du deine Videofilter auswählen, solltest du einen wollen und unter Avatare einen virtuellen Avatar für dich nutzen, entweder aus einem bestehenden oder selber einen zusammenstellen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Und zwar möchtest du dein Zoom-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den Zoom-Einsteiger-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Zoom. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads im Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Zoom-Einsteiger-Kurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.